Hallo, guter Mann. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun Sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahony gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznassen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungs. Lochmann Castle ist verflucht. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja doch, mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? Die Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich? Aber es gibt hier niemand, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen. Aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Bis dann. Hi, ich heiße Stobbert. George Stobbert. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferienpad. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Oh, echt? In Loch Marn? Die kommen nach Loch Marn, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenne ich. Da kommen die ganzen getrockneten Klaumen her. Haha, ja, unter anderem. Dann mal Tschüss. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbert. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien, kann ich Ihnen helfen? Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazu gebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebund. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt, und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McGleary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu lesen. Das ist wahr. Herr, hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß? Ein schlechtes Gewissen? Ein geheimer Auftrag? Egal warum. Hier in Loch Marn wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbert. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also dann bis später. Er hört nicht zu. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin George Stobbert und ich gehöre zu den guten Jungs. Sie haben Rad ab, Mister. Noch alle Tassen im Schrank? Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht. Vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nix gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett. Todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennies, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und dann plötzlich taucht mein Alter auf und krabst sich die Kohle. Ich geh nach Dublin. Sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen. Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Kennst du jemanden, der Pegram heißt? Können sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenn ich den Mann, den sie meinen. Kannst du mir sagen, wo ich Pegram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist. Aber wenn ich ihn sehe, frag ich ihn. Weißt du, was Pegram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen, aber er hat mich weggescheucht. Was soll's, ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marne, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. In der Zeitung hab ich gelesen, dass Pegram einen sagenumwobenen Edelstein gefunden hat. Bingo! Haben in Loch Marne alle drüber geredet. Ne ganze Woche lang. Du hast den Edelstein nicht zufälligerweise gesehen? Scheiße, nein. Ich denke, Pegram ist damit abgehauen. Ich an seiner Stelle, ich würd nach Amsterdam gehen, das Ding zerlegen lassen und dann verkaufen. Der könnte auch wie Rockefeller leben, statt Löcher zu buddeln.